Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir einmal über Camera News und zwar über die Canon EOS R5, die jetzt angekündigt wurde, die in diesem Jahr auch kommen soll. Und ich möchte heute kurz darüber sprechen, wo denn die Gemeinsamkeiten sind zur R-Serie beziehungsweise zur 5D Mark IV, die ich mitgebracht habe. Los geht's. Als vor einigen Wochen Canon auf seiner Seite die EOS R5 vorgestellt hat, war von vorn schon zu sehen, dass die EOS R5 auf jeden Fall wie die EOS R aussehen wird. Das heißt also von vorn und von oben sahen sie quasi identisch aus. Was wir nicht wussten und was alle interessiert hat, war die Rückseite. Das heißt, gibt es einen Joystick, ist das Moduswahlrad vielleicht doch irgendwie anders angeordnet beziehungsweise gibt es andere Tasten, die hier fehlen an der EOS R und nicht zuletzt auch, gibt es zwei Speicherkartenfächer oder doch nur eins. Canon hat auf der WPPi-Messe, das ist eine Hochzeits- und Porträtfotografie-Messe in Las Vegas, die EOS R5 gezeigt. Keiner konnte sie in die Hand nehmen, aber alle konnten sie hinter einer Glasvitrine beobachten und es reicht eigentlich schon, um zu sehen, wie sieht die Kamera auf der Rückseite aus, denn das hat bisher keiner gesehen. Und es fiel natürlich gleich auf, dass sie wie die 5D Mark IV einen Joystick hat und dass sie ein größeres Wahlrad hinten dran hat. Sie hat ja jetzt in der EOS R-Reihe noch, wie bei der EOS 200D, das kann ich kurz zeigen, noch ein ähnliches Moduswahlrad wie hier. Ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen. Und das ist das, was ich ein bisschen bemängele. Für den Preis darf man für meine Begriffe mehr erwarten, zum Beispiel ein richtiges Moduswahlrad, einen richtigen Joystick hinten dran, zwei Speicherkartenfächer, auch wenn einige sagen, sie vertrauen auf eine Speicherkarte, auch bei Events und Hochzeiten. Ich bin persönlich der Meinung, gerade als professioneller Fotograf sollte man auf Datensicherheit und in dem Fall auf ein Backup achten. Das heißt, ein zweiter Speicherkartenfach ist da eigentlich fast unabdingbar. Wir dürfen uns also nicht nur auf einen Joystick und auf zwei Speicherkartenfächer sehr wahrscheinlich freuen, sondern die Kamera wird im Allgemeinen sehr wahrscheinlich ähnlich wie die 5D Mark IV zu bedienen sein. Das heißt, die Einstellknöpfe vom AF-Button zum Beispiel, die sind alle relativ identisch hier in der Höhe auch angebracht. Der Griff sollte sowieso Canon-typisch sehr gut sein. Und zwar gibt es hier oben nur noch den Menü-Button und einen Button für das Mikrofon beziehungsweise für die Bewertung der Fotos. Ich finde, Canon hat alles richtig gemacht. Wenn die Kamera dann auch noch bezahlbar ist, und da kommen wir gleich zum Preis, denn sie soll ja so ungefähr zwischen 3.800 und 4.000 beziehungsweise sogar 5.000 Euro kosten. So sind bisher die Vermutungen im Netz. Das heißt, niemand weiß genau, was die Kamera kosten wird. Ich denke, wenn sie tatsächlich 5.000 Euro zur Markteinführung kosten wird, wird sie ein Ladenhüter werden. Niemand von uns wird 8K Video so dringend brauchen, dass er so viel Geld ausgeben muss. Und ich denke, dass die meisten darauf warten werden, dass die Kamera dann deutlich günstiger wird. Die EOS R, ich habe es ja schon mal in einem Video gesagt, ist für mich momentan als Hochzeits- und Portraitfotograf keine Alternative, weil eben der Joystick fehlt, weil der zweite Speicherkartenfach fehlt und und und. Von der Ergonomie finde ich sie super und vor allem vom Design. Ich mag klare Linien, ohne viel Schnörkel, ohne viel Tamtam. Eine Kamera muss nicht unbedingt auch den Retro-Look erzeugen. Das machen genug andere, vielleicht sogar besser. Für meine Begriffe muss sie funktionieren und sie muss nicht nur funktionell, sondern auch ergonomisch und haptisch einfach toll sein. Daher bin ich gespannt, wie die Kamera wird. Mich würde jetzt noch interessieren, habt ihr eine EOS R oder habt ihr vor, die EOS R5 tatsächlich in Erwägung zu ziehen? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare unter dieses Video. Darüber würde ich mich natürlich wieder sehr freuen. Wenn euch ein Test zur EOS R5 interessiert, wenn sie rausgekommen ist, schreibt es mir auch gerne hier in die Kommentare. Dann werde ich sie mir auf jeden Fall ordern und für einen Test für euch hier in einem Video organisieren. Wenn dir dieses Format der News gefallen hat, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werde ich das öfter machen. Wenn nicht, dann klickt einfach weg. Und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.